Hey moin Freunde was geht hier ist euer Redmarek und wir werden euch heute zeigen, wie man an dieses riesige Flugzeug fliegen kann, das natürlich auch in der Storymodus ist und was man da fliegen kann, aber leider nicht online. Ja, das hat mich ein bisschen abgefuckt, wo ich das bemerkt hatte, dass man das Ding nicht fliegen konnte und ich fand es schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich fand das Flugzeug total geil und wenn das auch noch online wäre, wäre das der Hammer. Naja gut, kann man nichts machen, also starten wir jetzt erstmal. Ja, ihr müsst erstmal in der Videobeschreibung halt diese Mission Xbox oder PS3 halt runterladen und dann halt hosten und ja vom Markierten dann halt das Ganze dann hosten. Das ist ein Deathmatch, ja, das Ganze solltet ihr mit euren Kollegen besprechen, dass ihr euch nicht gegenseitig abknallt, das empfehle ich euch, aber auch Tuning-Treffen ist sowas bestimmt total genial, wenn man dann halt mit so einem riesen Flugzeug fliegen kann. Ja, hab ich das jetzt mal gemacht, ihr könnt die ganzen Einstellungen so lassen, ist schon alles so voreingestellt, ihr könnt eigentlich gleich direkt euren Kollegen einladen. Man beginnt auch mit einer einfachen Waffe und alles, kann man leider nicht wegmachen komplett, muss man auch so machen. Keine Sorge, man findet keine Waffen auf der Map, ist schon mal gut, denn Munition alle ist Munition alle. Ja, wenn euer Kumpel drinne ist, dann könnt ihr auch gleich direkt loslegen. Ich sag euch vorweg, mit über drei, also wenn ihr zu dritt seid, perfekt, wenn ihr über drei Leute seid, dann geht das nicht, weil es gibt nur drei Flugzeuge. Ja, das ist schade, diese Mission hat auch einen Moda gemacht und er hat das wahrscheinlich, es gab auch Platzgründe dafür, denn es gab tatsächlich echt keinen Platz dafür. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Flughafen hundertprozentig, leider geht das Ganze ja auch nicht mit dem normalen Flughafen in Los Santos, weil einfach, das ging einfach von vornherein schon, und das ist auch voll nervig. Und ja, ihr könnt jetzt schon sehen, hier dieses große Flugzeug, ihr habt hier Mega-Rampen, ihr habt Monster-Trucks, ganz viele, die farblich auch anders sind, also gemodete Fahrzeuge. Und ja, ist total geil, aber ihr habt jetzt hier festgestellt, es gibt nur drei Flugzeuge, das Ganze ist scheiße. Naja, aber immerhin, ihr könnt die Dinger fliegen, das ist ja schon mal immerhin was. Und ja, wenn ihr da rein wollt, halt an die Spitze ran und einfach Dreieck drücken, dann spawnt ihr automatisch rein. Und ja, sonst soweit war es das eigentlich, ich zeige euch das Ganze jetzt nur noch, wie ich fliege und dann war es das von mir. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, ein Abo oder ein Dislike oder ein Kommentar. Auf jeden Fall lasst irgendwas da, dass ich weiß, dass ihr da wart. Und es hat mich gefreut und ich würde natürlich demnächst halt einen neuen Glitch hochladen wollen. Leider hat das Ganze mit Geld verschenken nicht funktioniert, wie ich es angekündigt habe auf der Seite, aber kann man nichts machen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ja, haut rein, macht's gut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ja, haut rein, macht's gut.